Hallo und herzlich willkommen Willkommen zum neuesten Championat aus dem Hause Star Stable Und wir melden uns einfach mal beim neuen Star Stable Champion an Und oh mein Gott, die Schleifen, seht ihr gerade unten an meinem Pferd, sehen ja eigentlich schon ganz nice aus Und wir können uns ja einfach mal hier außen anmelden, was super cool ist Und meine Güte, ist hier viel los und oh mein Gott, überall APs, Araber Pintos, Araber Pintos, über Araber Pintos, ey, Hilfe Ja, die Racing Elite des Servers hat sich versammelt Und oh mein Gott, ist hier viel los So viele Araber Pintos habe ich schon lange nicht mehr auf einem Haufen gesehen Meine Güte Und vor allem guckt euch an, wie viele Leute hier sind Es ist einfach nur unfassbar Alles ist voll Es könnte sogar sein Dass wir vielleicht Nicht mal in Gruppe 1 kommen Denn Bei der Anzahl von Leuten sind bestimmt auch genügend 23er Ich sehe jetzt gerade keine 23er irgendwie mit dabei Und das wird dann natürlich dazu führen Dass dann hier einiges Wobei, ich sehe jetzt gerade gar nicht so viele Aber es ist ja unfassbar voll Alter Wir können auf jeden Fall Gespannt sein, in welche Richtung das hier das Ganze geht Aber gut Wir werden es sehen Eben ist auf jeden Fall gerade der Server abgeraucht Also der Server ist gerade Oder zumindest bei mir Ich hatte gerade eben ein Disconnect Ich bin komplett rausgeflogen Aber ihr seht auch bei der Menge Wie viele Pferde passen in ein kleines Viereck Ich glaube Viel mehr geht wirklich nicht Und ja, gut Oh mein Gott, ihr seht es hier überall Es ist alles voller Pferde Wir können gespannt sein Ich habe auch keine Ahnung Wie das Jumpy generell Von der Linienführung ist Die sind ja jetzt das aller, aller, allererste Mal dabei Und erstmal gucken, in welche Gruppe wir kommen Zweites ist Ob das Jumpy wirklich hier nur einfach so ein O im Endeffekt ist Wissen wir ja alles erstmal nicht Werden wir dann aber Gleich sehen Von den ersten Bildern wirkte es so Dass wir hier einfach den Rundkurs ein paar Mal haben Aber werden wir dann selber gleich noch Oh Gottes Willen Um Gottes Willen sind hier viele Leute Ey, das ist ja der Wahnsinn Also ich dachte ja schon Es ist viel los Aber was zum Teufel ist hier denn los Hier, schaut es euch einfach mal an So hier Das ist einfach, das ist so ein geiles Bild Das muss ich unbedingt nochmal als Bild aufnehmen Also diese Menge anderer an Pferden Aber nochmal so zu darzustellen Finde ich einfach mega geil Es sieht unfassbar krass aus Generell wenn die Frage ist Nochmal wann dieses Jumpy hier gemacht werden kann Dann Erstmal müsst ihr hier die Rennstrecke aufbauen Und dann könnt ihr das zu den unterschiedlichsten Zeiten machen Das ist tatsächlich vier Mal Ist das Jumpy Ich bin in Gruppe 2 Oh mein Gott Das dachte ich mir nämlich schon fast Es ist tatsächlich Gruppe 2 Und warum auch immer Seht ihr das wie wenig Leute ich habe in der Gruppe? Fünf, sechs, acht Wir sind nur acht Leute Wir sind acht Leute in der Gruppe und What? Wie komisch ist das denn? Warum sind wir nur acht Leute? Hilfe Das habe ich ja auch noch gar nicht erlebt Uff ey Ja gut Vielleicht schaffen wir es dann sogar direkt Eine hohe Platzierung zu erreichen Natürlich wäre hier Top 3 für das erste Jumpy dieser Art Natürlich so das Ziel Oh mein Gott Das geht gleich los Ich bin mega gespannt Man weiß halt wirklich noch gar nichts Wie das Championat geht Wirklich Über Das ist überhaupt gar nichts Man weiß nicht in welche Richtung es geht Ob die Gruppen generell so klein gehalten sind Man weiß es halt wirklich gar nicht Okay Wir können gespannt sein Es geht los Ich bin tatsächlich ein bisschen nervös Oh mein Gott Oh mein Gott Seht ihr die Strecke vor mir? Seht ihr sie einfach? Oh Gottes Willen Oh mein Gott Was sind das für Sprünge? Da war der Wassergraben Oh mein Gott Oh mein Gott Was ist das denn hier? Oh mein Gott Hilfe Hilfe Oh was ist das denn? Es sind riesige Baumstämme Alter das mit dem Öl war ja krank Ähm Was ist das jetzt hier? Nein Was ist das denn? Was ist das denn? Oh mein Gott Was war das denn? Ich bin einfach stehen geblieben Was zum Teufel? Da war mal wieder Der Kante Die Kante Schneller als der Gedanke Keine Ahnung Was das gewesen war Oh mein Gott Das ist super ärgerlich Oh 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 mein Gott Es geht nochmal hier eine Runde Wir haben es doch auf Platz 2 geschafft Trotzdem Fail Ey Oh mein Gott Oh mein Gott Also da muss man ganz klar aufpassen Die Hitbox ist da ja richtig gruselig gewesen Aber Was sagt ihr zum neuen Jumpy? Ich finde es ist doch krass Es ist ja wohl mega ungewöhnlich Und alles Hilfe Aber da ist richtig viel reingegangen Danke fürs Zuschauen Und euch bis zum nächsten Mal Ciao 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 I've got issues Cause I fell in love with you Doesn't make sense but it's true I can't help myself Gotta get help cause I can't deal with my issues Make me feel alive but confused Should have spent more time on you Cause I know that you hurt Leave me in the dirt Gonna leave me with my issues PraiseASE I just love you JR To have my issues Josh Woah I just love her Use Nope ıl Bis zum nächsten Mal.